Menschen lassen sich von nichts aufhalten, um an das zu gelangen, was ihnen noch mehr Macht gibt. Ich weiß das von allen Pokémon am besten. Ich lebte zurückgezogen in dieser Höhle, umgehend von starken Pokémon. Selbst wenn ein Trainer hierhin gelangen würde, würden die Pokémon ihn sicherlich aufhalten. Zumindest dachte ich das. Dort stand ein einzelner Trainer, ein Junge. Sein Pokémon, ein einfaches Pikachu, sprang ungeduldig nach vorne. Aber der Trainer gab ihm keine Anweisungen. Stattdessen zog er einen kleinen, liederfarbenen Ball mit pinkliedernden Klumpen auf der Oberseite hervor. Er schien eine Art Pokémon zu sein. Ein M war darauf. Wofür er stand, wusste ich nicht. Er warf den Ball auf mich und ich wurde in sein Licht gehüllt. Ich fühlte einen stechenden Schmerz an meinem Hinterkopf. Etwas wurde mir injiziert. Ich wollte nicht einmal versuchen, aus dem Ball zu fliehen. Ich ließ mich fangen. Was mir auch immer angetan wurde, ich folgte den Anweisungen des Trainers ohne Frage. Die schien ein paar Jahre so weiter zu gehen, bis ich fast vergaß, dass ich aus der Wildnis stammte. Ich glaubte beinahe, dass ich schon mein ganzes Leben mit diesem Kind verbracht hatte. Aber eines Tages konfrontierte mich der Trainer damit. Mewtwo, sagte er. Ich hätte dir das nicht antun sollen. Niemanden hätte ich das antun sollen. Ich lasse dich gehen. Das war alles, was er sagte. Er zerbrach den Ball unter seinen Schuh und sofort fühlte ich über die Macht entwich. Er hatte seine Kontrolle über mich aufgegeben. Ich war frei und konnte ihn verlassen. Ich hätte ihn gefragt, warum er das getan hatte. Aber der Trainer war verschwunden, als ich aufsah. Ich nehme an, er ist auf einem Vogelpuckmann davon geflogen. Seit diesem Tag betrat kein Trainer mir meine Höhle. Und ich habe nie wieder einen anderen Ball gesehen, wie den Ball mit dem M, welcher mich so viele Jahre lang versklavte.